Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Skyboss auf dem lieben gomma depotnet server und ja äh ich will sagen wir sehen uns in der gleiche Runde wenn ich ein bisschen Themen anspreche und die ja bin ich gleich so das ist schon mal mit Valeria und der ich weiß ja auch nicht was da los ist ja mein Internet ist gerade im Moment scheiße ich weiß nicht mal ob ihr das Leben sehen werdet äh ja ich blende jetzt mal kurz einen Ausschnitt von eben an die wo ich eben schon versucht hatte wer kennt es nicht ja also ihr müsst euch eins merken sagst du es mal alles klar einem alten Minecraft-Spieler oder Wage-Profi und ich nicht so hart Wage weil ich das einfach nur dumm singe und ich da eigentlich auch relativ beherrschen kann Spachausgabe wird in Instagram Hauptfeed Schaltfläche eins von zwölf What the fuck HEH 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 Schnaufe. Konto hinzu. Ein. Nein. Sprachausgabe. Umschalter. Scannen aus. Epic Games Launcher. Epic Games Launcher Fenster. Scannen aus. Schaltfläche. Zur Suche Text. Desktop. OBS Studio. 7 von 21. Desktop. Firefox. Minecraft. 6 von 21. Ausgewählt. Eine Ewigkeit später. Geforce Experience. 5 Black Squad. 15 von 21. OBS Studio. 7 von 21. Ausgewählt. Quick Info. Cortana. Feld suchen. Bearbeitet. Bubble Witch 3 Saga. Scannen aus. Einstellungen der Sprachausgabe. Ich habe einfach meine Tastatur wieder gedrückt. Was ist passiert? Ich habe die Sprachereingabe für Blinde reingemacht. Oh. Was ist denn los hier? Ich habe keinen Bock mehr. Alter. Ich habe keinen Bock mehr. Ich habe einfach keinen Bock mehr. Alter. So. Wir sind auf der Map Locus. Und ich wollte halt ein Thema ansprechen. Nämlich. Es ist no joke. Ich versuche Fortnite zu spielen. Aber der Sprachschat funktioniert irgendwie nicht. Wenn ich mit der Playstation zusammen reden will. Und meine Freunde spielen halt alle auf Playstation. Und ja. Da ich halt nicht so viele auf Computer habe. Weil alle aus meiner Klasse auf Playstation spielen. Außer einer. Aber der ist im Moment eh nicht online. Und das fackt mich halt äh relativ ab. Weil der scheiß Chat nie funktioniert. Und alleine aufzunehmen habe ich auch keinen Bock. Und der. Ach. Das ist die. Alter wie süß ey. Nein. 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 Warum. Ah. Nice. Da kommt schon sofort der Nächste zu mir. Komm bitte schaff. Ey. Was ist denn los mit Minecraft. Hä. Hä. Er hat aber einen Block. Oh mein Gott. Er hat sie alle gespielt. Ich sage einfach gar nicht. Was ist denn mit Minecraft passiert. Alter. Und ich wollte inkompetent sagen. Nicht impotent. Ja. Jetzt bitte hört auf. Äh. Falsch denken. Ich komme. Woher hielt ich. Ein. Oh mein Gott. Haben wir ihn weggekommen? Fuck. What the fuck. No fucking way. Kommst du. soll ich komm du ach ey no was was hallo boy das hat grad nicht wissen nein alles klar oh mein gott ich bin so schlecht geworden gg wir würden sagen wir sehen uns wenn der nächste und die runter war einfach so legendär so dann sind wir auf der nächsten map simi 4 ist klar als ob es die map simi 4 heißt craften wir uns einfach mal als ähm großer mienecrafter ich hab nix gesagt so ab wir bauen uns mal rüber und siegen uns gleich er hat sich in die mitte gepeult äh ich ich wollte mich oh hallo bitte kommt ihr zu mir bitte ey man er kommt zu mir ja ach sie hab ich bestimmt nicht ah da wollte er einfach zu viel und ich bin einfach so gut in pvp alter er hat mich glaube ich doch nein er hat mich nicht gesehen glaub ich man was ist das mein kein kommentar video aufzunehmen das tut mir auch leid das dass ich in den fahrern so aktiv war das tut mir nicht leid das ist ja gut aber dass ich jetzt einfach nicht mehr aktiv sein kann also ich bin schon immer noch aktiv also ich bin schon immer noch aktiv von oh mein gott alter kein kommentar das tut mir auch so es geht ja 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 Oh, ich hab ihn! Ich hab sie! Ja, Mann! Über dir! Immer noch! Höhenvorteil! Ich muss nicht hin! Ich bims! Anders, Alter! Anders! Mann! Ich wusste noch, die Auszeit hat mir ganz mal so schlecht getan, ne? So, dann wo ist der letzte? Ach, ich kann nicht mehr! Okay! Er bekomm... Und damit verabschiede ich mich von diesen komischen Runden! Er war einfach hinter mir und ich hab sich gerafft! Er hatte ein halbes Herz! Und ja, lass ein Like dann! Abo! Also, äh... Ja, es kann... Ich versuche es einfach wieder das auszunehmen! Aber wenn ich halt keine Zeit habe, dann hab ich keine Zeit! Und ja, hau da rein! Tschüss! 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 Tschüss!